Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunogabing und heute spielen wir mal den Harbour Captain, so habe ich das Spiel glaube ich. Nach dem Intro geht's los. Okay, wir werden mal hier gucken, also wir haben hier so verschiedene Maps, die man auswählen kann. Ich wähle einfach mal die und man soll hier einfach die Fische einlenken. Das machen wir doch mal jetzt. Ich kann hier irgendwie kein Vollbild machen, also geht irgendwie nicht. Und ich kann auch irgendwie keine Linie machen. Hä? Hä, warte mal. Warum kann ich keine Linie machen? Jetzt mal ehrlich, ich kann keine Linie machen. Oder wie macht man die Linie? Ach, wartet kurz, Leute. Ich muss mal kurz hier nochmal gucken, warum das nicht geht. Okay, Leute, jetzt müsste es gehen. Ich habe es nochmal hier geprüft. So, okay, von nach oben kommt. Also, wir müssen eigentlich den hier immer nur in dieser Hafen reinfahren lassen. Und der muss jetzt hier beispielsweise in den Ilan. Eigentlich ganz simpel. Der fährt auch, glaube ich, automatisch hier gleich wieder raus. So, du, da rein. Du fährst einfach da weg. So. Was kommt jetzt für eine Farbe? Lila, okay. Wer kann eigentlich direkt... Ne, du kannst da rausfahren. Wir können ja auch mal ein bisschen schneller machen, tatsächlich. Ja, ja, ich habe das ja alles schon in der Kontrolle. Mäßig, ich habe verkackt. Okay, ich glaube, es ist doch nicht so eine geile Idee, das hier auch schnell zu machen. So. Du gehst erstmal in den Orangen rein. Warum kommt denn jetzt hier noch ein Orangener? Ne, du sollst da nicht reinfahren. So. Jetzt. Jetzt kannst du hier reinfahren. Okay, so. Jetzt kommt hier noch so ein blödes, lilane Ding. So. Das war knapp. So. Zack. Komm, gib Gummi. Gib Gummi, da kommt was. So. Okay, okay. Wir haben noch alles in der Kontrolle hier. Der fährt einfach hier so raus. Okay, ich würde doch nicht da hinfahren. Geh weg da. Ja, egal. Boah, Junge. Du kannst auch da rausfahren. So. Oh Mann, warum habe ich denn jetzt hier schon wieder... Zwei. Ich würde sagen, der hier fährt jetzt erstmal rein. So. Du fährst raus. Du fährst hier hin. Du fährst da rein. So. Der kann jetzt hier reinfahren. Geh bitte nach da oben. Du sollst da reinfahren, habe ich gesagt. Du auch. Na. Der fährt jetzt selber in Kreisen und du auch. So, einmal raus. So. Du fährst hier rein. So. Du fährst hier rein. So. Du fährst hier rein. Dann du nicht da rein. Du fährst schön da oben hin. So, raus. Rein. Warum fährt er denn wieder zurück? Hä? Warum ist er gerade zurückgefahren? Leute, erklärt mir das bitte. So, du raus. Du fährst hier rein. Du fährst hier nötig so hin. Du machst hier Kreise, Alter. So. Du kannst hier reinfahren. So, jetzt fährst du hier rein. Du fährst hier in den Kreis. Und dann kommt da wieder so einer blöde. Gut. Noch mal. Ach, Junge. Okay, noch mal. Rein da. Warum kommen hier denn immer so 100 Millionen Orangene jetzt auf einmal? Du fährst da rein. Nein. Nein. Boah. Du machst jetzt hier Kreise, Alter. Hä? Warum knallt er denn jetzt? Oh, Junge, ich krieg' ja echt noch eine Krise. Lila. 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 Lila wieder raus. Orange rein. So, du drehst dich hier. Du fährst hier raus Boah Nein, warum fährt er denn Oh, du sollst mal rein Junge, ich weiß nicht Junge, was ist das für ein Spiel Das macht ja einen aggressiv Warum fährt er denn jetzt wieder zurück Hä, Leute Also, nee, dieses Spiel, das ist ja maximal Buggy, Alter Warum denn immer 100 Orangene Oh, Bruder, wird's jetzt auch mal Irgendwo anders hingehen So, raus Und jetzt knallen die da unten wieder gegen Ey, nee Okay, du da rein So Und wenn das jetzt wieder ein Orangene ist Es ist natürlich wieder ein Orangene, also Hallo, rein da Du da rein Dann raus Du hier rein Du raus Raus Okay, rein So Du da oben rein Warum hupen die denn Die sind nicht mal ansatzweise so ein Kilometer von Den entfernt, Alter Du raus Du rein Du raus Du da rein So Du fährst hier im Kreis Du fährst nicht dagegen Die haben sich jetzt Ach, da oben Nochmal Nochmal Leute Können wir es bitte einmal schaffen Nochmal einen neuen Rekord aufzustellen So Wenn der jetzt raus ist Nee Bitte Bitte nicht Bitte nicht Wie viele Boote sind denn hier gerade Ja, Junge Warum sind hier so viele auf einmal Okay, so Nein Du fährst nicht da hin Ich habe gesagt Nicht da hin Du Auch nicht Ich würde sagen Der fährt jetzt ja erstmal rein So Du fährst nach da oben Du drehst hier erstmal kurz Und dann fährt Warum fährt er wieder zurück Du kannst doch da reinfahren Man merkt schon Dieses Spiel ist sehr schnell Zum aggressiv werden Bitte So Da rein Da rein Du sollst da reinfahren jetzt Fahr nicht dagegen Oder hier macht es überall Tut 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 Alter Man kann hier gar nichts mehr Wo hat es denn jetzt schon wieder geknallt Leute Also Nee Dieses Spiel macht mich aggressiv Dieses Spiel macht mich richtig aggressiv Jetzt hör auf zu hupen Du bist nur mal einen Meter entfernt von dem So Fahr einfach bitte Da raus Und Router Boah jetzt Schneiden die da oben wieder gegen So Da rein einmal Da rein einmal Nein Jetzt kannst du rein Jetzt kannst du reinfahren So Jetzt fährst du hier rein So Jetzt mal kurz hier langsam So Du fährst jetzt da raus Du fährst hier rein Du fährst raus Du fährst auch aus Du fährst jetzt nicht gegen ihn Schafft er das? Ich glaube nicht Du drehst dir nochmal eine Runde So Fahr jetzt bitte da rein Du fährst nach da oben So Ja Das ist jetzt erstmal egal Da unten Wir haben es glaube ich jetzt Zum ersten Mal Mehrere Du drehst hier eine Runde Und fährst dann auch rein Fährst nicht eine Runde Du fährst hier lang So Du kannst jetzt hier reinfahren Du fährst nach da oben raus Und der fährt dann auch da rein So Dann wieder raus Okay Bis jetzt ist glaube ich Das das Beste Du fährst auch wieder hier oben raus Und du fährst jetzt hier so rein Ja Macht jetzt erstmal nichts Der da unten hier Weil der fährt ja jetzt erstmal rein Okay Du bist auch ein Lilaner Du fährst Nochmal hier so ein bisschen da So Okay Brauchst du gar nicht Du kannst auch jetzt einfach so reinfahren Du fährst hier raus Ich will den nicht treffen Boah Passiert jetzt unten irgendwas Passiert jetzt unten irgendwas? Haut rein Und dann Euer Sano Tschau 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 D MDR 1 3 3